Hallo und herzlich willkommen zu unserem Unboxing heute vom Adidas R50 AdiZero von der aktuellen Haters Kampagne. Die springt auch direkt hier ins Auge mit diesem Brief und einigen netten Worten von unseren Freunden von Adidas. Vielen Dank an dieser Stelle für den Schuh. Standardgemäß wird eine Tasche mitgeliefert, so eine Adidas Bag, vorne steht AdiZero drauf, hinten das Logo von Adidas, sehr praktisch, in der kann man dann direkt die Schuhe verstauen, wenn man zum Kicken geht. So, jetzt kommen wir zum Schuh. Direkt ins Auge springt natürlich diese rot-orange Farbe und das Camouflage Muster. Sehr schön verarbeitet, da wird der Gegner direkt neidisch, wenn man auf den Fußballplatz geht. Die drei Streifen hinten von der Ferse gegenüber bis hin auf die Sohle, wie man sieht, sehr schön gemacht. Und jetzt hier im Detail, wie man sieht und hört, es ist kein Lederschuh, sondern eine Gummi-Mischung, Gummi-Plastik-Mischung. Die Ferse hinten sehr weich verarbeitet und hier, wie man vielleicht auch hören kann, ist es keine glatte Oberfläche, sondern eher eine raue Oberfläche. Diese Maserung spürt man auch wirklich und heute haben wir den Nockenschuh für euch ausgepackt. Innen drin hat man jetzt noch den Slogan, the best of the best von der Champions League und auch hier die Maserung und die Musterung vom Schuh. Ist auch innen verarbeitet, sehr schön im Detail und rechts unten an der Kante haben noch das Adi Zero Logo und jetzt viel Spaß mit den Details. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.